. . . . . . . . Oh Gott, ich... Ich glaube, wir schalten weiter. . 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 Was meinst du, was er macht? Guck ihn dir an. Er plant, er ist auf der Lauer. Ich glaube, fast schon auf der... Mauer. . 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 Und auch so. Können wir kurz denn hier los? Wir haben hier kleine technische Probleme. Okay, ich muss das hier zusammenzuhalten, das Wopper. Mit dieser einen, also es ist halt eben... Möglicherweise können wir schwenken. Das war zu viel, Alter. Das war auf jeden Fall zu viel. Also, ich fand... Seht ihr was? Er tut so, als würde er es machen. Er macht es eh nicht. Komm, mach. What the fuck, Alter! Das ist eine richtig schöne Forche. Ja. Von Lisa. Die ist 3. Oh! Ich finde das schon... So können wir das nicht machen, ehrlich. Fällt das nicht auf, dass wir das eigentlich gut finden? Ja. Genau. Es ist echt ein kniffliger Rätselspaß. Ja. Oh, das ist aber eine schöne Forche. Geil, Alter! Da war ein voller... Das hab ich auch noch nie gesehen, Alter. Über 8, 7 Wochen. Oh, das stinkt. Und jetzt guck mal nach da. Hier jetzt raus... Ich küsse gerade. Das ist warm! Das ist so warm. Aber wir haben alles total... Choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo. 24 Stunden im Street-Teil. Da muss man dabei gewesen sein, aber ich musste halt übelst chiffen und er redet plötzlich vom Intervall minus Pi Pi. Wie so ein Hefekuchen, Alter. Ganz ehrlich, Alter. Ja. Und jetzt lauf damit an Lassi. Ist der Kick jetzt im Kontext des Videos oder was? Ich versteh ihn nicht. Das ist hier der Bühnenbereich, da dürfen keine Fallschirme drauf liegen. Ich hoffe, der hat gerade Andris Andri gesagt und wie der nochmal hieß. Also ich glaube, ihr fährt gleich ein Ast da rein. Ja. Kannst du nicht springen? Das ist so menschbar. Ja. 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 Das ist so menschbar. Das ist so menschbar. Das ist fast bei jetzt nicht wieder. Mach da so viel Spaß dabei. Das ist so schön.